Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in das Wochenende reingestartet, momentan traden wir bei ungefähr 16.500 US-Dollar. Wenig Änderungen bei Bitcoin, dafür bei den Altcoins deutlich, deutlich mehr Volatilität, wir sehen deutlich mehr Pumps. Darauf werden wir auf jeden Fall in den nächsten Minuten eingehen, doch bevor wir starten, lasst dem Video auch gerne ein Like da, abonnierst den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und unten auch noch einen Kommentar reinschreiben, welche Altcoins ihr euch für die nächsten Tage auf jeden Fall wünscht. Würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Gut, damit genug Eigenwerbung gemacht, wie gesagt momentan 16.500 US-Dollar. Wir sind wieder über unserer dynamischen Widerstandslinie drüber. Retest ist Erfolg, trotzdem wir haben bei Bitcoin überhaupt kein Volumen drin. Das ist immer noch das, was mich ein bisschen zweifeln lässt momentan, die Altcoins pumpen. Bitcoin bewegt sich überhaupt nicht vom Fleck. Weiterhin gilt bei mir die Zielmarke von 17.200 US-Dollar, das ist weiterhin so mein Short-Zielbereich. Long, wie gesagt, gibt es hier sehr, sehr wenig Optionen, hat auch den Aspekt, wir haben weiterhin unten diese Vector-Candles bei 16.200 und bei 15.800 US-Dollar. Die würde ich mir gerne noch holen und ihr seht, das Volumen ist einfach deutlich abnehmend. Und was haben wir gelernt bei den Vector-Candles? Der Kurs kommt meistens zu Wochenbeginn zurück und der Wochenbeginn war leider hier unten bei den 15.800 US-Dollar. Und das Risiko meines Erachtens ist einfach weiterhin, dass wir doch nochmal ein tieferes Tief bilden. Also ich bin, die Sache ist noch nicht wirklich raus, aber es sieht für mich eher danach aus, dass wir nochmal ein tieferes Tief sehen. 15.000 US-Dollar vielleicht oder nur ein minimal tieferes Tief, aber für mich weiterhin eher, dass wir doch nochmal diesen kleinen Rücksetzer kriegen mit einem tieferen Tief. Das ist auf jeden Fall noch nicht raus. Wir haben ja schon darüber gesprochen auf dem Daily-Chart, dass wir auf jeden Fall ein Close über 17.250 US-Dollar brauchen, um etwas bullisch zu werden. Ansonsten befinden wir uns weiterhin in einem deutlicher sichtlichen Downtrend. Wir haben es weiterhin wieder nicht geschafft gestern, einen Schlusskurs über diese dynamische Widerstandslinie zu kriegen. Auf den kleineren Time-Film sind wir ausgebrochen, Daily leider noch nicht. Und wie gesagt, Weekly-Close bzw. mindestens ein Daily-Close über die 17.250 US-Dollar. Das ist der Weg, den wir im Endeffekt eingehen müssen. Ansonsten ist das Risiko weiterhin da, dass wir doch nochmal ein tieferes Tief kriegen. Und dann halt, wie gesagt, wir haben weiterhin unser riesiges Falling-Vedge und das würde uns sogar bis ungefähr 13.300 US-Dollar bringen. Also es ist noch nicht abgeschrieben, dass es hier der Boden ist. Würde ich jetzt auch nicht zu 100% sagen. Klar, DCA in solchen Stellen zu betreiben ist nicht verkehrt. Trotzdem müssen wir uns darüber Gedanken machen, okay, so ein Drop von, ich sage jetzt nochmal 20% ist auf jeden Fall nochmal im Bereich des Möglichen. Wer weiß, was die FED-Sitzung in zwei Wochen nochmal bringt. Ob das dann der ausschlaggebende Grund ist, nochmal so einen 20%-Dump hinzulegen. Die Aktienmärkte sind ziemlich am Widerstand und ziemlich am Pumpen. Gehen wir aber später nochmal im Wochenausblick näher drauf ein. Der kommt dann so heute Nachmittag, denke ich, dann online, was so für die nächste Woche wichtig ist. Aber gut, da gehen wir dann später nochmal drauf ein. Gut, soviel zu Bitcoin, wenig Veränderung. Schauen wir uns Ethereum an. Ethereum hat mittlerweile meine Short Order getriggert. Bin bei 1.214 US-Dollar rein, also mittlerweile minimale Minus bisher. Aber man muss hier sagen, wir haben uns hier einerseits die 1-Stunden-Supply-Zone geholt. Perfekt. Hatten jetzt aber nochmal einen deutlich größeren Pump. Das müssen wir jetzt auch dazu sagen. Also wir haben jetzt hier oben noch diese zwei Peaks, wo wir drüber gesprochen haben, bei ungefähr 1.235 US-Dollar. Das war ja eigentlich so die Zielmarke, wo auf jeden Fall der Stop-Loss drüber muss. Und wie gesagt, ich passe jetzt hier nochmal das Risk ein bisschen an. Nachdem wir hier ein bisschen später rein sind, werde ich wahrscheinlich einen Stop-Loss irgendwo hier oben in die Region von 1.260 ungefähr legen, weil ich doch minimal später reingegangen bin. Aber trotzdem, wir haben auf dem 1-Stunden-Chart noch relativ viel Volumen hier reinbekommen. Das beunruhigt mich ein bisschen hier. Sieht man das? Also das Hoch wird sehr wahrscheinlich einfach nochmal geholt werden bei 1.227 US-Dollar. Haben auch hier weiterhin kein höheres Hoch. Also wenn wir uns jetzt einfach mal hier so eine Linie ziehen, sehen wir einfach, okay, das Hoch haben wir uns noch nicht abgegriffen. Nicht mal mit einem Wig abgegriffen. Also die Chance, dass wir uns das in den nächsten Stunden vielleicht übers Wochenende noch holen, ist sehr, sehr groß. Aber auch hier gilt natürlich, wir haben auch hier Vector Candles bis runter bei 1.090 US-Dollar. Also die Chance, denke ich, werden wir uns auf jeden Fall noch holen in den nächsten Tagen, dass wir uns diese Vector Candles auf jeden Fall noch holen. Und normalerweise habe ich euch ja gesagt, so Richtung Freitag, Samstag oder Sonntag spätestens werden diese Candles in aller Wahrscheinlichkeit zu 90% der Fälle geholt. Und darauf möchte ich mich jetzt eben vorbereiten mit diesem Short. Ist vielleicht jetzt doch ein bisschen Risiko behaftet, nachdem RSI, ja gut, wir haben hier so eine kleine Bearish Divergence, aber trotzdem im 4-Stunden-Chart haben wir noch etwas Luft nach oben. Aber ein Longitz hier an dieser Stelle einzugehen, ist das gleiche Spiel wie bei Bitcoin, ist einfach absolut fahrlässig. Dann kommen wir zu XRP, haben wir ja gestern auch darüber gesprochen, wegen einem Short-Setup. Das eigentliche Short-Setup ist hier oben bei 42,70, glaube ich, habe ich es reingestellt. Hat den Aspekt, wir haben zwar hier eine Ineffizienz bei ungefähr 42,34, ist mir aber ein bisschen zu risky, weil da eben halt noch so ein Dump ist und deswegen lieber die zweite Ineffizienz zu shorten, ist das Risiko deutlich geringer. Und dann halt eben den Stop-Loss, habe ich ja auch darüber dazu geschrieben, hier über dieses Golden Pocket zu legen, damit einfach das Risiko deutlich, deutlich geringer ist. Das ist momentan das Short-Setup. Unser Long läuft natürlich noch parallel, das ist ganz gut dann auch als Hedge. 35% sind raus, habe ich ja, glaube ich, gestern im Video auch dazu gesagt. Und jetzt lassen wir einfach mal laufen. Also ich sage jetzt mal so, nächster Take-Profit, dass so ungefähr 50 bis 60% der Position zu ist. Von meiner Seite aus sind wir ungefähr 42,20, also nochmal über diesem Hoch, weil hier auch wieder sehr, sehr viel Volumen reingekommen ist. Das sieht man auch hier unten an der Candle, also da ist sehr, sehr viel Short-Volumen reingekommen mit dieser Abverkaufs-Candle. Das heißt, ein höheres Hoch wäre dann für mich der ausschlaggebende Grund, hier in diesem Bereich auf jeden Fall Take-Profit 3 zu nehmen, das heißt 50, 60% sind zu. Und dann können wir hier schön hier oben einen Hedge aufmachen, das heißt, wir haben null Risiko, wenn ihr die gleiche Positionsgröße nehmt von dem Long für den Short, habt ihr null Risiko, hier in diesen Short reinzugehen. Und dann schauen wir einfach mal, wie sich der entwickelt. Pumpt XRP weiter, dann ist es so, dann haben wir aber keinen Verlust und keinen Gewinn gemacht, also sind null auf null raus, wir haben unsere Profite genommen. Und das ist, finde ich, ein ganz guter Weg, deswegen habe ich auch gestern dieses Setup schon reingepostet. Und dann schauen wir einfach mal, wie sich das erübrigt. Wichtig ist auch hier, persönlich wäre es mir eigentlich wichtig, dass wir hier einen Weekly Close eigentlich drüber kriegen. Wir haben jetzt schon einen Daily Close drüber, mit einem Retest bekommen. Trotzdem, Weekly Close über dieser ehemaligen Range wäre deutlich, deutlich besser und doch ein bisschen bullischer. Natürlich müssen wir noch auf Bitcoin und auf Ethereum und die anderen Altcoins darauf achten. Aber es sieht momentan zumindest ganz gut aus, Volumen klar ist, ein bisschen abnimmt, was wir auch nicht sehen wollen, in einem Abtrend. Aber gut, es ist immer noch höher als hier drüben in dieser gesamten Seitwärtsphase. Das gibt zumindest ein klein wenig Hoffnung erst einmal. Gut, dann B&B komplett am Durchdrehen die letzten Tage, den Scam Week könnt ihr mal vergessen. Aber auch hier haben wir angedeutet, wir hatten diese Bullish Divergence auf dem 4 Stunden, auf dem Daily, wo wir drüber gesprochen haben. Hat sehr, sehr gut ausgespielt. Jetzt schauen wir mal hier ganz kurz, wie es aussieht mit dem Golden Pocket. Da nähern wir uns jetzt auch so langsam. Also hier wäre dann möglicherweise auch eine kleine Short-Möglichkeit in dem Bereich der 317 bis ungefähr 321. Da bin ich aber auch noch ein bisschen am überlegen, ob ich hier diesen Short eingehe. Von den Widerständen her würde ich schon sagen, ist hier eine Menge. Wir müssen mal ganz kurz das Risk-Verhältnis angucken. Bis zum 0,7,8,6, da sind es halt 6%. Ob man da dann wirklich schon All-in-Short reingeht in diesen Golden Pocket, würde ich eher abraten, dann vielleicht so zwei Entries zu machen. Das heißt, wir gehen einmal im Golden Pocket rein und dann nochmal hier dazwischen in dieser Zone bei ungefähr 335, um das Risiko einfach deutlich, deutlich mehr zu mindern. Und somit auch jetzt nicht, ich sage jetzt mal 5-6% Risk in Kauf zu nehmen, weil da bin ich überhaupt kein Fan davon. Auch mit einem Dreierhebel sind es 15% Minus, was man hier riskieren würde. Dann lieber das Risiko ein bisschen minimieren. Mit einem Dreierhebel sind wir dann nur noch bei 9 statt 18%. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ansonsten schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Oder halt, kommt gerne in die Telegram-Gruppe. Da könnt ihr natürlich auch jederzeit Fragen stellen. Gut, dann Litecoin hat sich auch wenig getan, den habe ich auch weiterhin im Blick. Auch hier bin ich weiterhin scharf auf diesen Short bei ungefähr 83, 84 US-Dollar. Da müssen wir auf jeden Fall noch drauf warten. Das ist jetzt aber momentan einfach noch zu viel Risk, wenn wir hier über das Hoch gehen. Ich warte ehrlich gesagt einfach hier, dass wir das Höhere hochbilden und dann ungefähr einen Stop-Loss in die Region um 87, 88 US-Dollar legen. Ansonsten auch hier natürlich die Vector Candles. Wir haben ersten Support bei ungefähr 70 bis ungefähr 68 US-Dollar in Form nach 4 Stunden und 1 Stunden. Die Mahnzone, aber trotzdem die Vector Candles hier mit diesem Pump. Der sollte früher oder später gefüllt sein. Und wir haben hier eben zwei dynamische Widerstände. Aus beiden sind wir impulsiv ausgebrochen. Erst einmal gutes Zeichen. Wobei der zweite hier unten einfach deutlich, deutlich verlockender ist, dass wir hier nochmal eben dieses Breakout sehen. Gut, Altcoin-Wünsche habt ihr sonst keine gehabt. Was momentan das Interessante ist, sind die ganzen Low-Caps. Die pumpen ordentlich sowas wie Casper. Wer da investiert, ist mittlerweile auch schon 3x gemacht oder 2x, seit wir das mal gesprochen haben im Call. Also auch da herzlichen Glückwunsch. Denkt aber daran, Profite zu nehmen. Und was wir vielleicht noch angucken können, ist Chainlink. Hier haben wir auch schon drüber gesprochen für einen möglichen Short. Und den habe ich auch weiter im Blick. Wir lassen dieses Szenario da. Wir bilden die ganze Zeit höhere Hochs mit deutlich, deutlich weniger Volumen. Wir gehen jetzt nochmal ganz kurz auf den 1-Stunden-Chart. Schauen uns das mal ganz kurz an. Und das seht ihr auch. Also die Bearish Divergence spielt sich hier immer, immer weiter aus. Also es ist langsam sehr, sehr verlockend, hier in diesen Short reinzugehen. Die Bewegung hat sich genau erstmal so abgespielt. Was noch interessant werden könnte, hier drüben ist noch ein bisschen Volumen, bis ungefähr 7,03 US-Dollar-Cent. Das heißt, nochmal so eine kleine, impulsive Welle nach oben wäre nochmal im Bereich des Möglichen. Ansonsten jetzt ungefähr einen Short reinzumachen, wäre so das Risk bei ungefähr 3,5%. Ist aber absolut im Rahmen, finde ich. Aber wie gesagt, momentan, das Volumen geht hier eindeutig raus. Wir haben eine Bearish Divergence überall. Für mich klarer Short-Indikator. Aber auch hier werde ich wahrscheinlich später nochmal ein Setup in die Gruppe posten. Also kommt gerne in die Telegram-Gruppe, wer noch nicht drin ist, würde ich mich riesig darüber freuen für den Austausch. Und damit ihr keine Setups mehr verpasst, gerne. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, beenden wir das Video für heute. Später, wie gesagt, kommt noch der Wochenausblick. Schauen wir uns an, was nächste Woche so passieren könnte. Das war es von meiner Seite. Wir hören uns dann später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und stay crypto. Und lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal, wer es natürlich noch nicht gemacht hat.